Drei kraftvolle Wege, um Deine verlorene Seele zu heilen Weil jedes Deiner Leben zählt. Unsere Seele ist unsterblich, allerdings nicht unverwundbar. So manches, was wir in einem Leben ertragen müssen, hinterlässt bleibende Schäden. Ähnlich wie unser Körper verfügt auch unsere Seele über ein Traumagedächtnis. So lange zurückliegen können Verletzungen gar nicht, dass sich unsere Seele nicht daran erinnern könnte. Manche Menschen spüren dies kaum, wieder andere leiden ein Leben lang und wissen nicht, warum. Eine Seelenrückholung oder Seelenrückführung kann hier die ersehnten Antworten liefern. Alles, was Du zu diesem Thema wissen solltest, verraten wir Dir in unserem heutigen Podcast. Typischerweise zeigen sich Verletzungen an unserer Seele durch ein lebenslanges Gefühl der Desorientierung. Diese Menschen haben nie gelernt, wo ihr Platz im Leben sein könnte. Sie fühlen sich meistens als Kinder schon ungeliebt und ständig zwischen den Stühlen sitzend. Das Eingehen und Führen von Beziehungen fällt ihnen schwer. Sie neigen dazu, entweder auf Distanz zu bleiben oder sich für ein Quäntchen liebeförmlich aufzuopfern. Die Bindung zu den eigenen Kindern fällt oft nicht leicht, auch wenn diese von Herzen gewünscht waren. Nummer 2. Was verursacht seelische Narben? Die Ursachen für einen Seelenverlust oder ein Seelentrauma können in diesem Leben begründet liegen oder in einem früheren. Die Auslöser sind jedoch stets dieselben. Dazu zählen beispielsweise jede Form von Missbrauch, zum Beispiel sexueller, emotionaler, körperlicher oder geistiger. Traumatische Erlebnisse, die Trauer, Schmerzen, Hilflosigkeit und Angst ausgelöst haben. Suchtprobleme wie Substanzabhängigkeit, Glücksspiel, Essen, eine Nahtod oder außerkörperliche Erfahrung. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Ansätze der Seelenrückholung. Psychiater, Psychologen und Psychotherapeuten bieten diese entweder in Form einer Hypnose-Therapie an oder als ganzheitlichen Ansatz, der sich Elementen der zweiten Variante bedient, dem schamanischen Ansatz. Beide Wege können zielführend sein. Wofür du dich entscheidest, hängt im Wesentlichen davon ab, welcher theoretische Aspekt und welcher Ausbildungs- oder Wissenshintergrund dir eher zusagt. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist Vertrauen. Triff dich mit dem Therapeuten oder Schamanen vorher mindestens einmal, um zu sehen, ob die Chemie stimmt. Außerdem können dir dann beide gleich eine realistische Einschätzung vermitteln, ob dein Problem bei ihnen in guten Händen ist. Grundsätzlich gilt immer und für beide Möglichkeiten, eine Seelenrückholung kann gelingen, muss aber nicht. Der psychologisch-therapeutische Ansatz arbeitet hier einerseits mit klassischer Gesprächstherapie, Psychodrama oder einer Aufstellung. Die Hypnose kann im Mittelpunkt der Rückführung stehen oder komplementär zum Einsatz kommen. Die Vorteile dieser Art von konventioneller Intervention bestehen darin, dass auch klassische Ursachenforschung betrieben wird und Kindheit, die Selbstachtung und die Psyche als ganzheitliches Phänomen beleuchtet werden. Der schamanische Ansatz darf sich die Erfindung der Seelenrückholung auf seine Fahne heften. Wir verdanken es dem tiefen Verständnis dieser Geistteile, dass wir überhaupt wissen, was Seelenverlust bedeutet und dass es ihn gibt. Die Schamanen sehen in ihm eine spirituelle Krankheit, bei welcher Teile der Seele den Körper verlassen haben. Als Folge eines Schocks oder Traumas wandern diese in andere Bereiche der Realität ab. Diese sind oft unzugänglich und werden von Blockaden abgeschirmt, die es den betroffenen Personen erschweren oder unmöglich machen, ohne die Führung eines Schamanen diese zu durchbrechen. Zu den Methoden zählen die Reinigung der Aura von belastenden Energien und das Aufbrechen von Glaubenssätzen oder manifestierter Fremdenergie. Auch das Reisen in die drei schamanischen Welten und die Suche nach Verbündeten wie Krafttieren und Lehrern gehört dazu. Nummer 4 Die drei Wege der Seelenrückholung A. Meditation und Visualisierung Mit dieser Methode arbeiten sowohl klassische Therapeuten als auch Schamanen. Es ist wichtig, unser Bewusstsein aus diesem Vorgang so weit wie möglich auszuklammern, damit unser Unterbewusstsein übernehmen kann. Eine geführte Meditation mit Musik und professioneller Anleitung kann viele Türen öffnen. B. Arbeiten mit den inneren Archetypen Archetypen sind bestimmte Arten von Energie, die Du in Dir trägst. Sie alle arbeiten zusammen, um Deinen Charakter zu formen und stellen eine starke Form der Seelenkommunikation dar. Die üblichen Archetypen sind beispielsweise die Mutter, der Mentor, der Tyrann, der Liebhaber, der Krieger, der Retter, das Opfer oder das verletzte Kind. Wir alle besitzen eine bunte Palette von Archetypen, die sowohl gute als auch schlechte Eigenschaften beinhalten. Die verborgenen Archetypen können durch Visualisierung, das Führen eines Tagebuchs oder einen inneren Dialog ausgeforscht werden. Du siehst schon, dieser Teil verlangt unbedingt professionelle Begleitung. C. Eintritt in veränderte Bewusstseinszustände Das Eintreten in veränderte Bewusstseinszustände ist ein kraftvoller Weg, um sich wieder mit seiner Seele zu verbinden und die fehlenden Teile zurückzuholen bzw. die Verwundeten zu heilen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, in Trance-Zustände einzutreten. Atemarbeit, Mantra und Gebet, bestimmte Rhythmen und Klänge, Selbsthypnose, Visualisierung, Beirauch und ätherische Öle. Einige dieser Praktiken können sogar mystische Erfahrungen hervorrufen. Die meisten Experten raten auch hier zu einer professionellen Begleitung und nicht zum Selbstversuch. Solltest Du es dennoch im Alleingang probieren, sollte jede Einheit dieser bewusstseinsverändernden Praktiken nur über kurze Zeitspannen erprobt werden. Etwa nicht länger als 15 Minuten. 5. Was gilt es zu beachten? Wichtig ist, begib Dich in professionelle Hände, egal für welchen der beiden Ansätze Du Dich entscheidest. Therapeuten können besser oder schlechter qualifiziert sein und Schamanen können es auch. Entscheide Dich erst nach dem Vorgespräch und überstürze nichts. Du vertraust diesem Menschen für eine kurze Zeit Deinen ganzen Schmerz und Deine Seele an. Das sollte keine leichtfertige Entscheidung sein. Wenn Du Dich nicht wohlfühlst, ist es nicht richtig. Unser heutiges Fazit Spirituelle Reise in die Vergangenheit Eine Seelenrückholung oder Rückführung ist immer ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Wirklich viel schiefgehen kann dabei nicht, außer dass es nicht funktioniert und Du dann enttäuscht bist. Klappt es aber, dann kann sich die zurückgebrachte Seelenkraft wieder integrieren. Du wirst und fühlst Dich wieder ganz und kommst Dir selbst ein Stück näher. Aber unsere Seele ist kein simpler Knochen, den man eben mal gerade biegen und zur Selbstheilung motivieren kann. Sie ist fragil und zerbrechlich, auch wenn sie unsterblich und für immer ist. Das war's für heute. Wenn Dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Vielen Dank und bis bald!